Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, was man tun kann, wenn beim Anklappen des Spiegels das Ganze ein bisschen quietscht und das Ganze auch sehr mühsam geht. Ich wünsche euch viel Spass bei diesem Video. So, was ist das für ein Spiegel? Das ist ein Spiegel von einem E84, sprich BMW X1. Und wenn man den jetzt schon länger hat wie ich, dann ist das mit der Zeit hier ein bisschen ein Problem, weil da kommt Schmutz rein, das Ganze führt zu Reibung und dann geht das nicht mehr so einwandfrei. Und ich klappe ihn mal an. Also gut, das klingt ein bisschen gequält. Ich würde mal sagen, das ist zu einem gewissen Teil normal, aber auch kommt es von Schmutz, der hier drin ist. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und hier seht ihr jetzt, da sieht man so leichte Schleifspuren da drüben. Und das kommt natürlich auch, weil während dem Regen oder wenn man durch den Schmutz fährt, da einfach Sachen reingespült werden, Schmutz von der Strasse und so weiter. Und damit das sich jetzt nicht mehr so lange quält, ja, mache ich da ein Sprühöl rein. Und zwar, da gehe ich jetzt sehr vorsichtig vor. Ich spüle da so an. Und dann machen wir gleich eine Bewegung und öffnen, machen den Spiegel wieder raus. So. Damit das Öl da schön verteilt werden kann. Ui, 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 hört ihr mal. Das quietscht leicht. Jetzt quietscht es ja mehr als vorher. Jetzt machen wir da noch mal ein bisschen rein. In der Hoffnung, dass dieses quietsch jetzt auch weggeht. So. So. Das ist jetzt etwas blöd, weil das quietscht doch ziemlich laut. Was kann man jetzt da dagegen machen? Und zwar, da überlege ich mir jetzt was. Ich habe jetzt ein Silikonspray verwendet. Warum? Weil ein Silikonspray farblos ist und mir keinen Schmutz am Fahrzeug erzeugt. Es kann aber sein, dass dieses Silikonspray einfach nicht das Allerbeste jetzt ist für diese Materialkombination. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich ein Grafitspray nehme. Das kann ein bisschen zur Verschmutzung führen, aber dann habe ich garantiert, oder hoffe ich mir, dass ich dieses Gequetsche nicht habe. So. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit vergehen lassen. Es quietscht immer noch so. Und jetzt gehe ich her und nehme eben ein Grafitspray. Dann werden wir schauen, ob es dann besser klappt. So, da gehen wir da so rein. Der Nachteil beim Grafitspray, wie der Name schon sagt, da ist Grafit drin. Und dieser Grafit ist dunkel. So, jetzt habe ich das eben da reingesprüht. Und jetzt schauen wir noch mal. Tömer nochmal. Döfeln. Es quietscht immer noch sehr stark. Boah, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das jetzt nach dem Ölen mehr quietscht als vorher. So, ich würde mir jetzt erhoffen, dass das irgendwann aufhört, dieses Gequetsche. Jetzt machen wir mal von Hand. Weil ich kann ja den Spiegel auch von Hand rein machen. So, mal da bis hin und her. Ja, so. Und was ich jetzt noch mache, es gibt ja da rundherum diese Ritzen. Da sprühe ich jetzt dieses Öl nochmal rein. Und dann schauen wir mal, ob das mit der Geräuschkulisse besser wird. Und dass das Ganze nicht so quietscht. So, ich habe es jetzt geschmiert und beidseitig eben mit dem Grafitöl. Und man hört es jetzt leider immer noch quietschen. Ich zeige es euch mal. Das Interessante ist, da scheint es irgendwo einen Zähler zu geben, der über die Zeit beobachtet, wie oft man das aktiviert hat und deaktiviert. Und dann irgendwann lässt sich der Spiegel nochmal einklappen mit der Elektronik. Ja, jetzt gerade zum Beispiel geht es nicht. Ich drücke. Es geht nicht. Dann müssen wir noch einen Augenblick warten. Dann schauen wir nochmal jetzt. Man hört jetzt, der quietscht und auch der Beifahrerspiegel quietscht. Ich mache es nochmal raus. Ja, ist grässlich. Also, ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich kann eh nichts anderes machen. Und dann schauen wir mal, wie sich das nach ein paar Tagen verhält. Ich würde mir denken, dass wenn da ein bisschen Regen oder auch das Ganze ein bisschen einziehen konnte, dass es nachher nicht mehr so stark quietscht. So, und kaum sind ein paar Tage drüber gegangen. Ich würde mal sagen, so zwei bis drei Tage. Hört mal jetzt her. Es quietscht nichts mehr. Und das Ganze klappt wieder wunderbar. Und der Motor ist nicht mehr so gequält, wie er vorher war. Wenn ihr euch erinnert, wie es am Anfang war, da war das schon ein bisschen gekrächzt. Das heisst, das Sprühöl ist jetzt da schön reingegangen in die entsprechenden Bereiche und hat da jetzt für eine Schmierlückung gesorgt. So, und das war es dann auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, dann gebt mir doch gerne einen Like und abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Und wenn ihr natürlich das Produkt, dieses Schmieröl, das mit dem Grafit verwendet, verwenden wollt, habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung den Kauflink reingemacht. Bis bald. Ciao. Ciao.